So, das ist meine neue ESP, 202, ah doch, ist doch, Sunburst, ja, gucken wir gleich mal rein. Ja, sieht man schon ein bisschen durch, können wir das schon erkennen, ich mach's mal, so, da ist er. Sieht schon krass aus. Fünstlich geätscht, ne, auch auf der Rückseite, da sieht man es ganz gut. Und hier, der TD, und auch der Hals von hinten. Na, sieht man, dass er wie so abgeschrubbelt ist. Ja, hat was, finde ich, hier, so gecurved, ne, also nicht blank, eckig, sondern, tja, auch hier, das alles so gelb. Und hier, richtig krass. Auch hier unten, ne, also ist, ähm, mal was anderes, muss man schon so sagen. Da fällt zumindest nicht auf, wenn da noch eine Dämmel drankommt, ne. Da, Dario, Seiten. Auch hier wieder mit den Vietnam, ne. Ja. Also, so ist er, die Tele, die Tele von LTD ESP. Richtig, richtig, richtig Retro-Style, ne. Auch hier, so ein bisschen weggeplatzt. Ja, fand ihr aber ganz cool. Ja, okay. So, was dann von mir erst mal wieder? Ja, Dario, von ESP. Hier, Dario. Töne. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018